Ich habe mein Business mit zwölf Mitarbeitern ziemlich an die Wand gefahren und hier dieses Video, das ist vermutlich etwas anders, als du das üblicherweise kennst, so von den Leuten in der Online-Bubble. In der Regel wird ja immer nur so die Fassade nach außen gezeigt, so wie es im Außen wirkt, die teuren Uhren, die hohen Monatsumsätze, aber wie es wirklich hinter den Kulissen aussieht, das teilt fast keiner. Und ich möchte einmal zeigen, dass nicht immer alles so glatt und rosig läuft, wie es vielleicht auf den ersten Blick wirkt. Und ja, lass uns starten in die Geschichte. 2020 haben wir damals unser Business aufgebaut, wenn man so will, aus einer Studentenbude aus, also damals auch mit meinem Geschäftspartner und noch einem Mitarbeiter, der uns remote unterstützt hat. 2020 als Dreierteam haben wir es tatsächlich geschafft, über 100.000 Euro Monatsauftragsvolumen zu schaffen und damals saßen wir noch in so einer richtig kleinen Studentenbude. Das heißt, wir hatten da so Zimmer, vielleicht 14 Quadratmeter. Das hat gerade mal ein Bett reingepasst, so eine ganz kleine Einbauküche und ein Schreibtisch und für mehr Platz war da eigentlich auch gar nicht. Aber da haben wir zum ersten Mal über einen 100.000 Euro Monatsumsatz gemacht. Und das war auf der einen Seite natürlich super, weil wir haben richtig viel Geld verdient, aber auf der anderen Seite heißt auch so viel Arbeit. Ich weiß noch, wie viel ich damals im Fulfillment zu tun hatte, also dass unsere Kunden einfach auch richtig gute Ergebnisse bekommen. Es war einfach jede wache Minute waren wir am Arbeiten, um einfach neue Aufträge reinzuholen und das zu halten, was wir eben versprochen haben im Verkaufsprozess. Und damals standen wir vor der Wahl. Was machen wir denn jetzt? Wollen wir weiterhin, also so richtig gut verdienen, wie wir es damals getan haben? Wollen wir ein bisschen downsizen? Also wollen wir sagen, ja komm, so viel Umsatz muss es doch auch nicht sein? Oder wollen wir das Ganze richtig groß machen? Und wir haben uns dafür entschieden, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen es einfach mal wissen. Wir wollen einfach mal schauen, was können wir eigentlich aufbauen? Und wir haben beschlossen, dass wir aus der Studentenbude rausziehen und zwar nach Frankfurt, hier in den Omniturm, einer der größten Türme hier in der Frankfurter Skyline. Da haben wir gesagt, okay, wir machen da jetzt ein richtig großes Team draus, ein richtig großes Unternehmen draus. Und gesagt, getan, das hat auch funktioniert. Wir haben Mitarbeiter eingestellt, da haben wir natürlich viele Fehler gemacht, so alle Fehler, die man macht. Die falschen Leute eingestellt, die wir dann leider auch wieder gehen lassen mussten. Naja, das war ein Lernprozess. Auf jeden Fall haben wir dann innerhalb von zwei Jahren ein Team aufgebaut mit insgesamt zwölf Mitarbeitern und haben unseren Umsatz in dieser Zeit, also unser höchstes Auftragsvolumen, das wir geschafft haben in einem Monat, auch vor zweieinhalb war. Wir haben über 250.000 Euro in einem Monat abgeschlossen. Und das eben mit einem Team, das uns entsprechend Arbeit abnimmt. Und von außen sah das fantastisch aus. Wir hatten hier dieses tolle, große Office in einem Turm mit wahnsinnig gutem Ausblick über die Frankfurter Skyline. Und wir haben diese Umsätze gemacht, aber von innen sah es einfach anders aus. Und zwar, wir haben ja nicht jeden Monat 250.000 Euro gemacht, Auftragsvolumen, sondern manchmal waren es auch einfach nur 150.000 Euro. Oder sogar, wenn es zu stark geschwankt hat, sogar nur unter 100.000 Euro. Und das wäre ja an sich nicht so schlimm, wenn dann nicht die Fixkosten wären. So ein Office hier im Omniturm ist ganz schön teuer. Da ist man direkt mit fünfstelligen Kosten pro Monat dabei, allein um das Office zu bezahlen. Zwölf Mitarbeiter, die müssen natürlich auch entsprechend ihre Gelder bekommen. Das muss ja auch erstmal verdient sein. Dann gibt es dann natürlich noch ein paar Fixkosten für Software beispielsweise, für Dienstleister, für Steuerberater, die uns unterstützen. Also man kennt das ja, der Fixkostenapparat, der ist relativ groß. Und tatsächlich, von innen sah es dann so aus, dass wir so hohe Fixkosten hatten, dass die unsere Cashflows im Prinzip komplett aufgefressen haben. Am Jahresende von 2022, da ist ein Gewinn übrig geblieben von irgendwas in der Größenordnung. Also es waren unter 20.000 Euro Gewinn. Ich glaube, es waren eher Richtung 10.000 Euro Gewinn. Für ein ganzes Jahr Arbeit, mit so einem großen Team, mit dem ganzen Stress, den man sich antut, so viele Mitarbeiter zu koordinieren, bleiben nur 10.000 Euro Gewinn da, die man sich natürlich dann auch durchzweiteilt. Wir waren ja zwei Geschäftspartner. Das hat einfach keinen Spaß gemacht. Und tatsächlich ist es sogar noch schlimmer geworden. 2023 sah richtig lausig für uns aus. Das Jahr hat schwach gestartet. Also die Wirtschaft, die kommt so ein bisschen ins Stolpern durch jetzt Erhöhung der Zinsen und was da so alles war. Auf jeden Fall hatten wir wirklich Probleme, neue Kunden zu gewinnen. Und unsere Fixkosten, die sind ja gleich geblieben. Da gingen jeden Monat bald schon sechsstellig vom Konto ab. Ja, wir haben einfach die Aufträge nicht mehr gemacht. Auf einmal hatten wir mehrere Monate hintereinander, in denen unser Auftragsvolumen geringer war als unsere Fixkosten. Und das hat einfach zunehmend immer weniger Spaß gemacht. Also der Laden ist richtig, richtig unprofitabel geworden. Das war dann auch so der Zeitpunkt, wo mein Geschäftspartner gesagt hat, hey, warum machen wir das eigentlich? So als Selbstständiger könnte man einfach 10.000 im Monat machen, ohne große Probleme. Und hier wir mit diesem großen Unternehmen, wir machen weniger für uns. Weniger für uns als Gesellschafter. Tatsächlich war es so, dass wir richtig im Rückstand waren mit unseren Gehaltszahlungen. Jeder von uns hatte am Ende, also zu dem Zeitpunkt, dass mein Geschäftspartner raus aus der Firma ist, hatte 45.000 Euro Rückstand an Gehaltszahlungen. Und den Gewinn aus dem Vorjahr konnten wir uns nicht ausschütten, weil das Geld faktisch nicht da war. Und das hat einfach gar keinen Spaß mehr gemacht. Ich habe mich dann wirklich auch gefragt, soll ich überhaupt diese Anteile kaufen? Also soll ich Anteile von einem Unternehmen kaufen, das effektiv gerade miese macht, das höhere Fixkosten hat, als es einen neuen Cashflow an Aufträgen reinholt? Und das war echt eine schweren Entscheidung. Aber letzten Endes habe ich mir dann gedacht, ich kann das nicht liegen lassen. Ich habe damals 2017 hier schon mit Logic & Lemon angefangen. Da hängt ja so ein YouTube-Kanal dahinter mit über 400.000 Abonnenten, den ich aufgebaut habe. Das war ja mein Baby quasi, das ich hier aufgebaut habe. Und mir war es immer wichtig, den Fokus komplett auf Fulfillment zu legen, dass unsere Kunden exzellente Ergebnisse haben. Und das hat ja auch funktioniert. Und unsere Kunden, die haben ja fantastische Ergebnisse, aber unser Business war halt einfach nicht profitabel, weil wir uns an anderen Stellen einfach nicht gut angestellt haben, weil Prozesse ineffizient gelaufen sind und die ganzen Probleme, die es da gab. Letztendlich habe ich mich dann dazu entschlossen, diese Anteile zu kaufen. Und von dem Ablauf sah das dann so aus. Also im Juli 2023, da hat mein damaliger Geschäftspartner dann seine Anteile an mich verkauft. Dann im August, direkt einen Monat später, musste ich mich dann von unserem Closer trennen, weil der Verkaufsprozess hat nicht gepasst, die Zahlen haben nicht gepasst. Das ging halt einfach nicht. Wir hatten ja einfach diese Probleme in der Firma. Im September habe ich mich dann von unserer letzten Vertriebsmitarbeiterin zu dem Zeitpunkt getrennt. Also wir hatten effektiv im September gar kein Vertriebsteam mehr. Und im Oktober habe ich dann das Office im Omniturm gekündigt. Also habe da zum Glück recht schnell eine Nachmittag gefunden, um einfach diesen großen Fixkostenapparat zu senken. Und es sah alles nicht gut aus. Der November war dann der erste Monat, wo wir aufgehört haben, alles aufzuräumen, was einfach nicht gut gelaufen ist. Also wir haben uns in diesen Monaten einfach darum gekümmert, dass alles, was ineffizient läuft und alle, die uns halt hier einfach nicht genügend unterstützen können, dass die einfach nicht mehr in der Firma drin sind, dass die Prozesse stabil laufen, dass das Fulfillment insbesondere stabil läuft. Und im November haben wir uns dann darauf konzentriert, endlich mal wieder neuen Umsatz reinzuholen. Und es war fast unglaublich. Wir haben im November ein Auftragsvolumen geschafft von 582.000 Euro. Und das war so unglaublich. Nach dieser unfassbar harten Zeit, die wir hatten, nach diesem ganzen Thema, läuft dieses Business überhaupt weiter? Ist das noch zu retten? Haben Leute überhaupt noch Bedarf an YouTube? Dieses ganze Mentale, diesen Stress, den man sich macht. Dann einfach zu sehen, ja, es gibt einen Markt, es gibt Bedarf. Leute wollen mit uns arbeiten. Und wenn wir nur Effizienz reinbringen, wenn unsere Prozesse einfach stabil laufen, dass das dann auch funktioniert. Im November hatten wir dann endlich alles aufgeräumt. Also das heißt, wir haben alle Prozesse, die nicht laufen, gefixt. Wir haben uns von allen Leuten getrennt, die einfach nur Banders in der Firma waren. Das ist ein richtiger Wasserkopf angewachsen. Wir hatten Mitarbeiter, die einfach keine sinnvollen Tätigkeiten gemacht haben einfach. Und wir, also insbesondere den Verkaufsprozess überarbeitet, der einfach nicht stabil lief. Das Interessante war, wir hatten, und das war uns gar nicht bewusst, aber im Prinzip war schon einfach alles da. Wir hatten genügend Leads beispielsweise über unseren YouTube-Kanal. Das einzige Problem, das wir hatten, ist, dass es einfach, es lief nicht effizient. Und als wir dann alle diese Sachen gefixt haben, haben wir, das war einfach ein unglaublicher Monat. Im November haben wir 582.000 Euro abgeschlossen. Und das gerade mal mit einem Team aus vier Leuten. Alles A-Player, muss man sagen. Also das ist unglaublich, wie gut das Team jetzt aktuell ist. Also alle sind motiviert, alle ziehen an einem Strang und sind einfach begeistert von dieser Mission. Ja, aber, also damals mit zwölf Leuten haben wir nicht mal die Hälfte geschafft von dem, was wir jetzt mit vier Leuten schaffen. Ich kann dazu gerne auch ein detailliertes Video machen, also wie genau wir das geschafft haben, an welchen Prozessen wir gedreht haben. Und was bei uns einfach die größten Hebel waren, um einfach mit ungefähr einem Drittel des Teams unseren Umsatz einfach zu verdoppeln. Also, wenn das interessant ist, schreibt es gerne mal in die Kommentare, dann kann ich dazu gerne ein detailliertes Video machen. Bis zum nächsten Mal.